Hallo und willkommen zurück meine lieben Freunde, ich bin euer Odo, wieder im Livestream und gleichzeitig hier auf YouTube. Schauen wir mal, ich habe schon ewig jetzt nicht mehr gespielt, weil ich die letzten Tage nicht wirklich viel Zeit hatte. Aber, oder die letzten Wochen eigentlich, was heißt Tage, schauen wir mal, vielleicht kann ich heute ein bisschen öfter spielen, mehr spielen, nicht so genau. Da sind wir hin, Freitag, Wochenende und Ferien danach, na gut. Das letzte Mal haben wir hier diesen Typen kennengelernt, diesen Magier, der hat uns zu diesem Turm geschickt, glaube ich. Ich glaube zumindest, dass er uns zu diesem Turm geschickt hat, zumindest sind wir dort hingegangen, weil wir haben ein Problem mit Trollen und wir wollen diese Trolle finden und schauen, was sie so tun. Warum sie so sind, wie sie sind. Nicht ob das da schon der Ort ist. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich war schon mal hier. Hier gibt es eine Patrouille zu bekämpfen. Und wir können unseren einen Ranger aufgabeln, der uns folgt. Die Grasse hat gesproutet zwischen den Köln der Ranger-Drode. Wuff, wuff. Okay. Hallo, Hunti. Könnt ihr mir bitte das weiter besser machen? Das ist besser. Was heißt der Ruf? Weiß nicht, wie gut der zurecht... Ach, super. Könnt ihr jetzt bitte aufhören zu regnen? Das ist fürchterlich. Hat uns der Blitz jetzt getroffen, fast? Könnt ihr bitte aufhören zu regnen wieder? Folgendwunsch. 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 you climb the top of the hill. Was hast du Wulf? Da hast du dog. Hier du see a black-skinned man sitting under a spreading bush. The wolf runs up to him and sits near wimpering. Ich bin der Brot. Ich bin der Wuf. Ich bin der Wuf. Ich bin der Wuf. Er raises his arm as if to hit the Wolf but the animal doesn't even try to dodge still wining. Das ist ein großartiger Kampfer, vor allem weil er den Hund dabei hat und der Hund ist quasi wie eine zusätzliche Person, die du mitnimmst. Dafür haben wir sie mitgenommen. Ich glaube das. Sehr gut. Ich bin Mufasa. Ich bin der Baroness von diesen Lands. Nice to meet you. Ich weiß nicht, wie ein Decent bin. Du bleibst. Wir müssen dich aufbauen. Du bist nicht lokal. Warum ist dein Wolf wining? Ja, ich bin ein Freund. So, was machst du hier? Ah, ja, das sagen sie alle. Was würde ein Lawful Evil Charakter als erstes sagen? Du nimmst hier mit all meinen Händen. Ja. Dreh und nördlich von hier. Ja. Das ist nicht mein. Das ist nicht mein. Patched of our way. This pool is in the deadiest. Sitting. Waiting. Halt. Okay. Who can I help you? Huh. Könnten wir bitte das Dings die Lautstärke vom Gewitter kleiner machen, damit ich ihn besser hören kann? Okay. How did you get hunted? How can a mere carpenter be chasing trolls effectively? You were not always farmers. Here. I was not always a carpenter. Nothing to do anymore. Tja. Vielleicht hat er nach dem Carpenting gelernt so gut mit dem Boben umzugehen. Did you know that the local trolls are not afraid of fire now? No. They don't. Fire arrows couldn't murder them. I had no chance here. You can see it now. Why are you sitting on this hill? Trolls need to often follow this path. I am not there anymore. That's why I wouldn't stay here. I am counting trolls too. Would you like to join you in our efforts? I am counting trolls too. Would you like to join you in our efforts? Hm? So, wir kennen jetzt das Dwarven Ruins, Cobalt Trail und Troll Clearing. Ja, okay. Zuerst sagst du mir, du wartest auf die Typen und dann bist du zu schwach zum Mitkämpfen, oder was? Ah. To help a person, i need to learn at least a little about them. An awful good and neutral neutral is gleichwert from my teams entfernt. Was fragt man? Where are you from? Where is your homeland? Man, man, you sway by Tor, huh? All Guards are even in the eyes of many Natsanov. Choose the one which beat it best. Though he is a soldier, who's to guard, decent men, and craft wolves. Torak blesses both Guards and craft wolves. Okay. Also, a man who follows a thing. I'm happy, in fact, that I don't have the Zwerg with him, because he hates Torak, I believe. So far I know. Yeah. Stay in ambush. Well, thank you. It started to rain. Ah, look, who has a mark and who doesn't? Okay. We can take one. Okay. You're out, you're out. Wait. I didn't die. You're out, you're out. Okay, you're out. Let me go. Okay, I'm out. Ever, wait, wait. You're out now, I'm out. Ja, wie machen wir das am besten? Wir machen Pause. Du, helst bitte diesen Typen. Du, machst bitte Aspect of Falcon. Was ist das? Longstrider. Hier! Was willst du? Das bringt nichts. Resist Acid. Wuscht. Restoration lesser. Shield of Faith. Das ist etwas, was wir brauchen können, gell? Was macht das? Die Spellgrane ist in blablabla. Magical field around the target. Nocent deflects attacks. Spell grants the subject plus 2 deflection bonus. Genau. Perfekt. Für Leute ohne Shield ist das genau das Richtige. Gluck, gluck. So, was machst du? Du hast ein Shield. Natürlich bringt Shield of Faith nicht allzu viel. Was ist das? Person of Wanish. Nein, das ist blöd. Weil die sollen sich nicht angreifen. So. Du hast hier gar keine Potions drinnen. Die müssen auch die beiden. Die müssen auch die beiden. Und noch einen Large Person. Das ist gut, dass wir jetzt nehmen. Und noch einen Shield of Faith könnten wir auch nehmen. In Wirklichkeit. Das bezimmhaft ist, was wir mit dem Gehen. Wir werden nicht los- Wir werden, wir werden willst. Wir werden etwas anders aufwärts. Gut, wir müssen nachdenken, wir. Die Menschen gehen. Die Menschen gehen. Wir werden, wenn wir hier machen. Die Menschen gehen. Du krebst hin und Wo hast du da? Und du kreifst bitte auch den an. Machst den dann zum Gegner. Oh Fasser, greif an! Au! Tut's aus, bitte diese Dinger da einfach nur die ganze Zeit. Das wird mich nicht verletzt. Das wird mich nicht verletzt. Du kannst mich nicht verletzen. Ich werde überleben. Ich werde immer überleben. Okay. Du. Machst du bitte das. Auf diesen Tal, damit du auch wirklich stirbst. Gut. Mhm. So. Du. Was war das? Du. 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 hast. du. hast. einmal. du. Du. Da habe ich maximal 5 Decks. Passt. Nehmen wir doch glatt. Was? Achso. Durch Kornklesen. Plus 3. Na gut. Gluck, gluck. Mist, mein Tee ist aus. Ich brauche etwas Neues zum Trinken. Ja, ja, ja. Gefunden. Was auch immer. Uh, noch so eine Haube. Das hat uns gut umsehen. Ich will möglichst viele von diesen Hauben finden. Die habe ich das letzte Mal... Ah, diese Artefakte, die du alle findest. Die sind echt mächtig. Ich habe in dem einen Spiel, das ich gespielt habe, aber nur eines geschafft. Nämlich hier diesen Hut. Von allen anderen fehlte mir dann irgendwas. Nehmen wir einfach alles mit. Also noch da. Da gibt es einen Weg. Schöscher. Ich kann mich nicht erinnern, dass es da einen Weg gab. Hey, da sind Kaninchen. Mushrooms. Mit Mushrooms. So, was haben wir da? Ein Banditen. Wir haben ein Banditenlager. Schöne was auch. So. Wie kann ich dir helfen? Wow. Hm? Ich bin dein Schild. Ich bin dein Schild. So viele Gedanken. So wenig Zeit. Be on guard. Be on guard. Und? Kannst du da rüber chargen? Definitiv. Der Hund ist brutal. Der Hund ist brutal. Trink noch ein Schlück. Ja, ein Alchemist. Und du greif doch gerade den Alchemisten an. Du magst den Scorching Ray bitte auf den Alchemisten. Hm? Nein, 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 nein. Warte mal, warte mal, warte mal. Du kannst diese Dinger, also mach diese Dinger. Ja. Warum greift's ihr nicht an? Und dann? Und dann? Warte mal, warte mal! Warte mal. Nein, zurück. Rückwarte mal! Mal her! Du... Hey doch bitte mal alle... ...die verletzt sind. So, was haben wir alles? Ein Weichen Mist mit Schokolade, Correct All. Sollten wir mal wieder abspeichern, bevor wir an dem Schloss scheitern, falls ihr versteht was ich meine. Ich mag hier nicht nochmal herkommen müssen. Hm, jetzt haben wir zwölf Goldstücke, nicht schlecht. Jetzt noch mal was hier, schaut nicht so aus, da hinten vielleicht irgendwas, who knows. Wenn bald was geht, dann die Sachen auch immer irgendwo. Ah, okay, kann man das nichts für lassen. Ein Wurf, um noch ein Wurf. Hier bin ich, sieht. Wir machen ein Wurf! Ich höre. Auf geht's! Ich höre. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Und das. Ich höre. Er muss mich. Greifer. Da sind hier noch ein paar. Was ist das? Ups. Zu spät. Das schadet jetzt uns mehr als den Hunden. Okay. Okay, äh, ja, es bohrt mich, dass wir schon wieder alle keine Lebenspunkte haben. Yay. Hey, meine Schätze. Hm, 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 hm. Wo geht's da hin? A huge tree trunk can be used to climb up or down. Runter geht's leichter. I did as you asked. I did as you asked. Echt jetzt? Hast du das? Ausgezeichnet. Was ist das? A bumfie is dying in the middle of the grassy glade nearby. The cooking pot is still hot and thin mugs are scattered about. Three bedrolls have been rolled out beneath the tree. But there doesn't seem to be anyone around. There are no sounds of wildlife either. The mysterious scene is all the disquieting. This shimmering is definitely a magical effect of some sort. Judging by its aura, someone may have been trying to cross the borders between the worlds. Miri rubs her eyes and stares into the forest. Something's wrong here. Some sort of witchcraft, for sure. She takes a firmer grip on her sword and looks around intently. Her fierce expression, letting everyone know she's on guard. The pot contains what's left of a savory stew. There's also what seems to be herbal tea leaf cooling in the nearby mugs. And you spot some dirty plates gathered together. It looks like the people, who made camp here, had just finished eating and were about to go to sleep. Econ sniffs the mugs, then shakes his head. Not a menace. After exploring for a while, you begin to understand what's wrong here. The fire's embers glow a little too bright. The grass and trees are a bit too green. The air itself is a touch too fresh. Everything looks like a too fresh painting, seen through a shimmering mirage. Where come those knowledge arcana? Oh, plus the air itself is not bad. Well then, let's try it. I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow. Succeeded. Yay. It looks like the barrier between two realities has become too thin. In places like this, the people and objects can be drawn from one world to another by sheer charms. Sometimes they reappear far away from their original location and sometimes they seem to become lost forever. But what has these things in big? There's only one backpack here, so there are three bedrolls and three mugs. And suddenly you hear screaming coming from the east. The east is in this direction. The east is in this direction. Ahhhhhh... Du greifst das an. Du greifst das an. Du greifst das an. Du greifst das an. Ah! What the hell is that, my friends? Tu zauberst ein Bless auf die Gruppe. Wir werden nicht mehr allzu viel machen. Ich komm. So, du machst Holz. So, du machst den einfach, wenn wir es können. Wenn ich nicht vorhabe, noch sehr viele Kämpfe zu machen. Mhm. Noch einmal. Yay. Healing time. Wir skinnen die Wolfs. Wir haben zwei Typen gefunden. Rook und Lennel. You hear a voice from somewhere above you. You here, help us. A man wearing simple clothes was used to you from the top of the massive rock. Hunters, who are we? We were camping in the woods and suddenly we were up here, some weird magics or something I guess, for God's sake help us, how did you get up there? Looks well you're close, you're safe as it's yours. The gold cogwheel ring, not sure. No clue. We were heading off to sleep when a dream came over us. A bright one too. All three of us were in a river and the current was sweeping us away. The trees on shore were too high, up to the sky. Atelier and the clouds above were like mountains. We went over a waterfall, then hurtling down. Next I knew we were up here on this rock. We are just two, I'm mostly good. I think there are still little here, though she came down pretty hard. She's got some broken ribs and can hardly breathe. Okay, we said we always take the next one and that's neutral good and neutral evil. I guess? No clue. I now? Oh my God, no. No clue. Und so sollen sie vorsichtig sein. Finde ich gut, finde ich gut. Hey, nicht nur Geld, wir haben auch Experience gekriegt. Thank you for saving my life. I paid in advance, so all's proper and almost now. Gut, nur 10 Goldstücke, nicht viel. Okay. Wo ist der dritte hin, frage ich mich. Ich nehme mal an, wenn wir hier schlafen würden, würden wir auch oben enden. Oder keine Ahnung wo. So. Huch. Ist noch ein Troll? Da sind mehrere Trolle. Sollen wir die jetzt machen? Es kommt darauf an, wie viele Trolle es sind. Normalerweise sollten wir in der Lage sein, mit denen klar zu kommen. Wir haben auch die letzten geschafft, und es sind wahrscheinlich bessere. Ich bin Jules zur Kommandung. Wie kann ich mir helfen? Was ist der Shield of Faith of Sea? Was ist der Shield of Faith of Sea? One shouldn't brag about a big sword, if they can't carry one. Schauen wir mal, was haben wir da noch alles. Ah, meine... Gute Nachtsache. Okay, YouTube. Ich höre auf für heute. Ähm... Ja. Und die Stringer bleiben sowieso nicht dran, weil sie nicht da sind. Bis gleich.